Eins, zwei, drei, vier. Jo? Naja, kleiner Käfer Lu. Wir zusammen sind Jona Lu. Jona, Jona Lu, jetzt kipp's nur noch zu. Denn ein Jona Lu ist auch du. Denn hüpfen wie ein Jona Lu. Krabbeln wie ein Jona Lu. Rufen, Räumen, Singen, das kannst auch du. Jona Lu, Jona, Jona Lu, jetzt kipp's nur noch zu. Denn ein Jona Lu bist auch du. Der Wandertag Paul, bist du fertig? Ja, Naja, Lu, schnell. Paul hat was vor. Vor, vor. Wir haben heute Wandertag. Was ist denn das? Was ist das? Zuerst fahren wir über einen See. Dann gehen wir durch den Wald. Steigen auf einen Berg. Und da gibt's ein Picknick. Schau mal da vorne. Ob er das mitnimmt? Oh, lecker. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr das gehört? Ja, Paul macht einen Wandertag. Ja, einen Wandertag. Habt ihr auch schon einen Wandertag gemacht? Wir noch nie. Im Boot sitzen und über den Glitzersee flitzen. Und dann schlagen wir uns durch den dichten Wald. Bam, bam. Wieso schlagen? Ja. In so einem dichten Wald gibt's doch keine Wege. Die muss man sich erst mal freischlagen. Paul, hast du deine Sachen? Wir müssen los. Schnell weg. Ludwig! Ludwig! Raus da, Ludwig! Schnell! Oh! Komm, naja. Mal sehen, ob Paul noch was dagelassen hat. Oh! Oh! Warte, Ludwig. Die Wurst können wir doch mitnehmen. Dann haben wir was Leckeres zu essen. Auf unserem Wandertag? Ja, genau. Den können wir doch auch machen. Wäre doch toll, oder? Über den Glitzersee flitzen. Pssch. Sich durch den Wald schlagen. Bam, bam. Und dann noch auf einen Berg steigen. Puh, puh. Kommt, wir machen das mal zusammen. Wir flitzen über den Glitzersee. Pssch. 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 Wir schlagen uns durch den grünen Wald. Bam, bam. Wir steigen auf den hohen Berg. Puh, puh. Wir flitzen über den Glitzersee. Pssch. Pssch. Wir schlagen uns durch den grünen Wald. Puh, puh. Wir flitzen über den Glitzersee. Pssch. Pssch. Wir schlagen uns durch den grünen Wald. Bam, bam. Wir steigen auf den hohen Berg. Puh, puh. Und da gibt es Picknick. Pick, click. Pick. Pick, pick. Das heißt Picknick. Ludwig. Was ist das eigentlich? Ein Spiel oder ein Geschenk? Ob Spiel, Geschenk, ob Hicke schlägt, wir wollen auch ein Pick-Pick-Nick. Pick-Nick, Paul hat Pick-Nick gesagt. Und das muss man nur finden. Bestimmt ist es gefährlich, dieses Pick-Nick zu finden. Aber ich habe keine Angst vor nichts und niemand. Hey, kommt mit, wir wandern los. Komm, Ludwig, wir wollen wandern. Ja! Darf schon los. Die Wurst nehme ich. Laufen, laufen, Wanderschritt. Beide Beine machen mit. Hüpfen wie ein Känguru. Hüpf, hüpf, hüpf dazu. Ja, genau so geht unser Wanderlied. Komm, denk mit. 1, 2, 3, 4. Laufen, laufen, Wanderschritt. Beide Beine machen mit. Hüpfen wie ein Känguru. Hüpf, hüpf, hüpf dazu. Laufen, 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 Wanderschritt. Beide Beine machen mit. Hüpfen wie ein Känguru. Hüpf, hüpf, hüpf dazu. Laufen, laufen, Wanderlied Beine machen mit. Hüpfen wie ein Känguru. Hüpf, hüpf, hüpf dazu. Ludwig, wo bist du? Hier, das ist unsere Fahne, Lud. Soll ich sie tragen oder du? So können wir ihn immer gut sehen. Klasse, Lud. Tolle Wanderfahne. Jetzt kann es losgehen. Zuerst wandern wir zum See. Meinst du wirklich, wir müssen unbedingt über den See? Na klar, das gehört doch dazu. Halt, Ludwig! Nicht nach rechts, da ist ein Zaun. Wir müssen nach links. Hä? Links? Weißt du nicht, wo links ist? Hm, ich weiß das. Schon seit 100 Jahren. Aber du nicht, stimmt's? Naja, links ist, glaube ich... Ha! Links ist immer hier, immer. Wisst ihr es auch? Sollen wir es mal zeigen? Zeigen, zeigen! Links und rechts, ja, wo ist was? Aufgepasst! Ju zeigt uns das. Mit der rechten fechten, mit der rechten fechten, mit der linken winken, mit der linken winken. Kommt! Wir machen es zusammen. Eins, zwei, drei, vier. Mit der rechten fechten, mit der linken winken, mit der linken winken, mit der linken winken. Mit der linken winken, mit der linken winken, mit der rechten fechten, mit der rechten fechten, mit der linken winken, mit der linken winken. Aber wisst ihr, wie es mir noch besser merken kann? Meine Blume, die ist links. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Da ist ja der See! Seht mal, wie toll er glitzert! Pauls Boot! Damit flitzen wir über den See. Psch! Ob wir da alle reinpassen? Und vielleicht sinkt es ja und überhaupt. Wie kommen wir da rein? Na, wir springen! Was? Springen? Das Wasser ist bestimmt ganz tief. Das bringe ich nicht rüber. Warte mal, ich weiß was Besseres. Jetzt kommt! Jo, jo, jo! Ui! 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 Superju! Ui! 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 Hopp! Ui! Hup! Ui! Äh! Schiffchen leg vom Ufer ab! Bring uns rüber! Schipp, schipp, schwapp! Schwapp! Ui! 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 Fing, mächt, schick, schick. Links. Rechts. Rudern, rudern mit voller Kraft. Und schon haben wir's geschafft. Rudern, rudern ganz geschwind. Schneller, schneller als der Wind. Rudern, rudern mit voller Kraft. Und schon haben wir's geschafft. Rudern, rudern ganz geschwind. Schneller, schneller als der Wind. La-la-la, la-la-la, la-la, la-la-la, la-la-la. La-la-la, la-la-la, la-la, la-la-la-la, la-la-la, la-la-la, la, la, la-la. Mm. Ä-devde es Recommendinnen. Ah! 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 Ja! Ja! Naja! Wo sind wir? Das war ein Flug, was? Ja! Aber unsere Rucksäcke sind weg. Mit dem ganzen Essen. Großes, rundes. Hoffentlich verhungern wir nicht. Oder verdursten. Keine Wurst, dafür Durst. Nein, verdursten werden wir nicht. Guckt mal! Jetzt kann unser Wandertag weitergehen. Wir flitzeln über den Glitzersee. Wir schlagen uns durch den grünen Wald. Wir steigen auf den hohen Berg. Hu! 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 Wir flitzen über den Glitzersee. Psch! Psch! Wir schlagen uns durch den grünen Wald. Bam! Bam! Wir steigen auf den hohen Berg. Hu! Hu! Und da gibt es Picknick! Aber jetzt müssen wir erstmal durch den Wald. Los, mir nach! Ich werde uns den Weg durch den tiefen, düsteren Wald bahnen. Hörst du das, Ludwig? Da kommt es her. Bestimmt ein Specht. Habt ihr das auch gehört? Kommt! Wir antworten. Du da oben, hör mal zu. Hier bin ich und mein Freund Lou. Mhm. Nicht schlecht, Herr Specht. Kommt! Wir antworten ihm. Na, was ist Herr Specht? Jetzt kommst du wieder! Klick! 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 Das macht Spaß! Schaffst du das auch, Jo? 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 Er ist weg. Schnell! Wir müssen hinterher, Ludwig. Leider müssen wir jetzt gehen. Tschüss, Herr Specht. Auf Wiedersehen. Jo! Jo! Wo bist du? Jo! Jo! Ganz schön anstrengend. Laufen, laufen, Wanderschritt. Beide Beine machen mit. Hüpfen wie ein Känguru. Hüpf, hüpf, hüpf dazu. Hey, was war das? Ein Überfall? Nee, bloß eine Eichel. Wo wollen wir jetzt lang? Nach links oder rechts? Da gehen wir lang. Da ist es schön. Na ja, Ludwig, wo bleibt ihr? Diese lahmen Enten. Wisst ihr was? Ich lasse ihnen ein Zeichen da. Dann wissen sie, wo ich hingegangen bin. Nach rechts. Gut, was? Ich bin ein toller Wanderer. Hier geht's nach links. Und hier nach rechts. Und nochmal rechts. Ah, Hilfe! Na ja, Ludwig! Jo? Wo bist du? Jo! Jo... Hunger? Ja, ich hab auch Hunger. Und wie? Aber wir müssen erst mal Jo finden. Ob er nach links gegangen ist? Oder nach rechts? Wo sollen wir jetzt lang? Habt ihr vielleicht gesehen, wo Jo hingegangen ist? Ja? Wohin? Wartet mal. Hier muss ich also nach rechts. Rechts. Hier ist links. Hier ist rechts. Links oder rechts? Links gehen. Okay, das machen wir. Machen wir. Na, hoffentlich finden wir ihn bald. Na ja! Ludwig! Oh! Hilfe! Jo, Stimme kommt von da. Jo, wir kommen! Kommen! Ah! Na ja, Ludwig! Wie schön, dass ihr da seid. Aber jetzt stecken wir fest. Wie sollen wir hier wieder rauskommen? Hoch! 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 Was? Hochspringen? Oh ja, das könnte gehen. Hm, nee. Das habe ich schon probiert. Das schaffen wir nicht. Äh! 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 Ah! Ah! Ein Tunnel! Vielleicht führt er uns hinaus. Oh! Der ist aber dunkel. Da hilft nur eins. Wir müssen uns Mut machen. Kommt, wir singen nochmal unser Wanderlied. Laufen, laufen im Wanderschritt. Beide, beide machen mit. Hüpfen wie ein Känguru. Hüpf, hüpf, hüpf dazu. Das ist denn das? Oh, что тут происходит? Nikolai? Ach, это вы, Naya, yo, Ludwig. Wir haben uns verlaufen. Kannst du uns nicht helfen? Wir müssen da hinauf. Hinauf? Ah, понятно. Вы сюда попали и хотите снова выбраться. Hoffentlich hat er uns verstanden. Нет проблем. Вы хотите hinauf? Ну, тогда пошли. Oh, ich sterbe vor Hunger. Ach, ich auch. Aber wir müssen durchhalten. Wir müssen doch noch auf den Berg steigen. Oh, oh, oh. Na, wenn das hier kein Berg ist. Ja, das stimmt. Dann fehlt uns ja nur noch das Picknick. Picknick, picknick, pick, 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 pick. Click, 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 click. Click, 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 click. Click, click, click. Picknick, Picknick. Vielleicht ist es hier ein Schatz. Oder ein riesiges Geschenk. Ich würde lieber was zum Essen haben. Мы пришли. Oh, danke, Nikolai. Du hast uns gerettet. Gerettet? Nichts. 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 Tschüss. 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 Oh, Entschuldigung. Hallo, ihr drei. Ihr habt wohl die gleiche Idee gehabt wie ich. Ein leckeres Picknick im Erdbeerfeld. Picknick. 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 Ja, ein Picknick. Ein leckeres Essen in freier Natur. Und heute gibt es Erdbeeren. Hm. Ich liebe Erdbeeren. Wir auch. Ein Picknick mit Erdbeeren ist überhaupt das allerbeste. Weißt du, Penelope, wir machen heute einen Wandertag. Kennst du das? Pass mal auf. Eins, zwei, drei. Führ. Wir flitzen über den Glitzersee. Wir schlagen uns durch die grünen Weid. Wir steigen auf den hohen Berg. Wir flitzen über den Glitzersee. Wir schlagen uns durch die grünen Weid. Wir steigen auf den hohen Berg. Puh, Puh, und dort gibt es Picknick. Ja, ja. Na, dann habt ihr alles geschafft. Gratuliere. Ja, das Picknick ist das Beste. Jetzt bin ich so richtig satt. Ich auch. Jetzt geht's heim. Heim. Und wie kommen wir von hier nach Hause? Lass mich mal überlegen. Wohnt ihr nicht bei Paul? Na, dann aufsteigen. Juhu, ja. Ja, juhu. Ja, ja. Ja. Wir sind da. Ja, vielen Dank, Pellee. Habe ich doch gern gemacht, ihr Wanderer. Ja, Ludwig. So geht unser Wanderlied. Ihr kennt es doch auch noch. Eins, zwei, drei, vier. Laufen, 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 Wanderschritt, beide Beine machen mit, hüpfen wie ein Känguru, hüpf, hüpf, hüpf dazu. Laufen, laufen, Wanderschritt, beide Beine machen mit, hüpfen wie ein Känguru, hüpf, hüpf, hüpf dazu. Komm. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss! Musik